Und der neue Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist mir aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend, Herr Schäuble. Guten Abend, Frau Atterlein. Sie sind nicht nur in Deutschland, sondern international bekannt als der Mann mit der schwarzen Null. Was wird das Motto für Ihr neues Amt? Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, aber wir sind in einer spannenden Phase. Die Grundarchitektur der westlichen Demokratien scheint ja überall ein bisschen fragiler zu werden. Und deswegen, finde ich, ist es eine schöne Aufgabe, daran mitzuwirken, dass sie wieder stabiler wird. Denn ich bin ganz überzeugt, dass es mit Abstand das beste institutionelle Modell zur Sicherung von Frieden und Freiheit ist. Gab es denn heute bereits einen Moment im Bundestag, wo Sie schon mal am liebsten mahnend eingegriffen hätten? Nein, heute war es eigentlich ganz ruhig und entspannt. Ich habe es auch nicht anders erwartet. Sie sind ja jetzt seit fast 45 Jahren im Bundestag. Sie haben den Einzug der Grünen erlebt, Streit um die Ostpolitik, den NATO-Doppelbeschluss. Heute in Ihrer Rede sagten Sie, prügeln sollten wir uns hier nicht. Wie erleben Sie denn die Stimmung in unserer heutigen Zeit? Naja, wir prügeln uns ja auch nicht im Parlament. Das habe ich in meinen 45 Jahren nie erlebt. Aber ich sehe manchmal im Fernsehen, dass in anderen europäischen Ländern es durchaus vorkommt, dass die Abgeordneten sich gegenseitig prügeln. Und da habe ich dann gedacht, sage ich mal zur Vorsicht, das sollten wir auch in Zukunft nicht machen. Da könnten Sie sich das vorstellen, dass das hier passiert, wenn man schon sagt? Nein, natürlich nicht. Es war auch nicht so ganz ernst gemeint. Ich wollte mehr in einer eher entspannten Form sagen, die Art, wie wir den Streit führen, hat nach meiner Überzeugung sehr viel mit der Frage zu tun, wie überzeugend wir für die Mitbürgerinnen und Mitbürger sind, dass deren Anliegen in unseren politischen Debatten und Entscheidungen ernst genommen werden. Wir können nicht allen recht geben, aber wir können zeigen, dass wenn wir Kompromisse bilden, wenn wir Mehrheitsentscheidungen treffen, dass die, für die die Mehrheit sich nicht entscheidet, trotzdem in die Überlegungen einbezogen sind. Und das ist wichtig. Aber Sie plädieren ja für Gelassenheit, das haben Sie heute auch gesagt. Werden Sie sich denn selbst immer zügeln können? Mit Ihnen gehen ja auch mal die Pferde durch. Ich hoffe das. Ich habe mir ja auch vorgenommen, ich muss mich ein Stück weit stärker zurücknehmen. Ich bin jetzt nicht mehr so unmittelbar Teil des politischen Streites, sondern habe eine etwas andere Funktion. Ich bin kein Neutrum, aber natürlich ist meine Aufgabe eine andere. Deswegen habe ich ja auch früh gesagt, ich muss jetzt auch ein bisschen mich aus dem unmittelbaren politischen Geschäft zurückziehen und bin auch in einer Art Abkühlphase. Aber auch das ist eher bildlich gesprochen. Aber ja, gut, ich meine mit 75 Jahren nimmt man sich auch vor, dass man die Fehler, die man in den 75 Jahren bisher gemacht hat, in den nächsten Jahren vielleicht ein Stück weit ablegt. Herr Schäuble, ich sage erstmal danke bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Wir wollen kurz gemeinsam auf diesen 19. Bundestag blicken, wie er sich zusammensetzt. Denn da gibt es so einige Veränderungen, die diskussionswürdig sind. Mit 709 Abgeordneten ist das Parlament so groß wie noch nie. Es sind 78 Politiker mehr als bisher. Das deutsche Wahlrecht macht das möglich durch Ausgleichs- und Überhangmandate. Und der neue Bundestag wird nicht nur größer, sondern auch teurer. 300 Millionen Euro zusätzlich soll er kosten. Im Durchschnitt sind die Abgeordneten 49 Jahre alt. Nur knapp ein Drittel des Parlaments ist weiblich. Im Vergleich zum letzten Bundestag sind weniger Frauen dabei. Den höchsten Frauenanteil hat die Fraktion der Grünen, gefolgt von der Linkspartei. Deutlich geringer ist er bei der CDU-CSU-Fraktion und am wenigsten Frauen sitzen in der AfD. Herr Schäuble, Ihre Partei könnte schon mehr Frauen in den Bundestag schicken? Ja, das ist wahr. Aber so wird in jedem Wahlkreis werden die Direktkandidaten aufgestellt. Ich muss ja zugeben, ich bin auch keine Frau und bin in meinem Wahlkreis zum wiederholten Mal aufgestellt und auch gewählt worden. Und da wir sehr viele Direktmandate gewonnen haben, haben wir weniger über die Landeslisten bekommen. Die haben wir immer genutzt, um ein Stück weit die Bevölkerungsgruppen, die bei den Direktmandaten in den Wahlkreisen nicht so zum Zuge gekommen sind, stärker zu berücksichtigen. Aber wenn Sie viele Direktmandate und wenig Listenplätze haben, dann wird das schwächer und deswegen haben wir dieses insoweit nicht erfreuliche Ergebnis. Herr Schäuble, es ist ja viel vom verlorenen Vertrauen in die Politik die Rede. Ist dieses Parlament dazu geeignet, dass die Menschen sich dort wiederfinden und wieder mehr Vertrauen fassen? Das hoffe ich. Wir haben heute angefangen. Wir haben jetzt vier Jahre vor uns und wir können mit unserer Arbeit enorm viel dazu beitragen, dass die Menschen sich von diesem Parlament und in den parlamentarischen Diskussionen und Entscheidungen besser wiederfinden. Das habe ich ja auch versucht mit meinen wenigen bescheidenen Bemerkungen bei Übernahme der Präsidentschaft ein Stück weit anzudeuten. Es liegt an uns selber. Als Mr. Sparfuchs gelten Sie ja ein bisschen so. Ärgert Sie da, dass der Bundestag jetzt so groß ist und damit um 300 Millionen Euro teurer? Naja, also in allem Ernst. Die Frage, wie viele Abgeordnete wir haben, ist nicht in erster Linie eine haushaltspolitische Frage. Natürlich ist unser Wahlrecht ein bisschen kompliziert und führt dazu, über Überhangs- und Ausgleichsmandale, dass das Parlament so groß geworden ist. Es ist gar nicht ganz einfach, das zu ändern. Norbert Lammert, mein Amtsvorgänger, hat es ja versucht, hat aber am Ende keine Einigung darüber erreicht. Der Spielraum für Einigung ist im Übrigen auch relativ klein. Aber die Frage, dass das ein paar hundert Millionen mehr kostet, ist auch wichtig. Aber es ist nicht die entscheidende. Wenn das Parlament seine Aufgaben gut erfüllt, dann ist das für die Demokratie das wert. Wir sollten da wirklich ein Stück weit die Prioritäten richtig sehen. Und für die freiheitliche Demokratie ist ein funktionsfähiges Parlament nach allen Erfahrungen mit Abstand die beste Institution. Glauben Sie, dass der Ton im Bundestag sich verändern wird durch die AfD? Das weiß ich nicht. Ich meine, wenn wir im Bundestag, wir haben jetzt sechs Fraktionen, sieben Parteien, wir haben eine Vielfalt, wie lange nicht. Das spiegelt ein Stück weit die größere Partikularisierung unserer öffentlichen Debatten wider. Aber das Parlament muss ja das Spiegelbild der Gesellschaft sein. Das heißt ja aber nicht, dass wir nicht in der Sache fest streiten, aber dass wir es anständig streiten können. Streit ist das Wesensmerkmal der Demokratie. Meinungsfreiheit heißt Meinungsstreit, Wettbewerb um die besseren Lösungen, um die Mehrheiten. Deswegen ist Streit nicht negativ, aber Streit kann ja anständig geführt werden. Je besser das gelingt, umso überzeugender finden sich die Menschen in der freiheitlichen Ordnung der Demokratie und des Parlaments wieder. Sagt Wolfgang Schäuble, der neue Bundestagspräsident. Danke fürs Gespräch. Bitte gerne. Vielen Dank.